Oh lai Okay Seltsam Ja da waren Glitches auf der Tür ich weiß Deswegen bin ich ja hingelaufen und dann auf einmal Personen in Security Dings Da Sund Hm Kein gemütlicher Ort Ey warte mal das ist der Sicherungskasten aus Phasmophobia Eins zu eins Der Fug Gib uns ein Zeichen Wo bist du Wie alt bist du 100 Habt ihr das gehört? Alter Shish Was für Phobia in Fnaf Welche auf jeden Fall nochmal Ich bin ja schon gespannt was die Theorists Daraus machen Die Leute mit den Theorien alles Die da Richtig viel Ahnung vom Spiel haben Bonny Bonny sag ich schon Shika kommt trotzdem noch Was ist das denn für ein Betrug Die sollte eigentlich auch Tod und in den Suas sein aber Anscheinend Hat die Sonderrechte die Olle Oh no oh no Ok Oh Ok Ok Die kommen nicht kurz nach Die kommen nicht kurz nach wenn freddie leer ist beißt er mich dann funktioniert seine sicherung nicht mehr der macht dann wirklich nun nein warte nicht der machen normalen jumpscare aber ich gehe davon aus dass alle hier wegen irgendeinem system muss ja nicht sein er hat nicht drauf verzichten sogar eine ladestation für freddie in der nähe ist ja direkt hier drunter du kommst cookie cookie da kann ich vorbei ich freddie wieder in aufzug und dann passt das mhm mhm Buh! 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 We're only trying to help. Ach, das ist die... What the fuck? Der ist doch sonst immer in den Schächten. Warum ist der so groß? Alter. Das ist doch nicht mehr normal. Warum bist du so groß? Irgendwas versteckt auf der Toilette. Anscheinend, nein. Oder ich bin blind. Chica? Chica? Hi. Was machst du denn hier im Kämmerchen? So alleine, hm? Das ist Chica. Ja. Die läuft draußen rum. Ja, super. Jetzt weiß ich, wo sie hingelaufen ist. I require assistance. Ja, natürlich hatte ich keine Stimme mehr. Ich hab da auch ihre Stimmbänder rausgerissen. Beide sind dahinter. Wo soll ich denn hin? Mh? Na ja. Jetzt kann ich die Animatronics aber verjagen. kann ich hier absolut nichts machen. Kann ich hier absolut nichts machen. Ah, warte mal, was sagt denn mein Auftrag? Findet den fehlenden Roboter-Kauf in Roxy Raceway. Ja. Upgrade hab ich schon gemacht. Kann ich doch noch irgendwo am DJ vorbei? Vielleicht? Dass ich gerade einfach was übersehen habe. Und hier mit den Stromdingern kann ich ja auch nichts machen. Hm. Das krieg ich jetzt wirklich nach dem Kopf suchen. Ei, ei. Musik Freddy's Akku War der wieder leer? Ich kann den da kurz aufladen Da sehe ich kein Problem Ach der war noch halb voll Das ist doch richtig Spaß Das richtig lang und richtig schnell rumrennen Mit den neuen Schuhen Das ist ja richtig krass Also die hätte ich früher gebrauchen können Venni wird mit A geschrieben Kein Plan So Das habe ich beim Lasertag nicht gefunden Es gibt da aber eine Szene Bei der Sieht man Das Geheimzimmer von Vanessa Von dem Sicherheitsguard Hier Und Sie hat an der Wand Venni stehen Und dann macht Freddy dann die Anmerkung Venni Hört sich wie eine Mischung aus Vanessa und Bunny an Hängt das damit zusammen? Also Es werden Anspielungen darauf gemacht Dass sie eventuell Venni ist Dass sie nur so tut Als wäre sie ein Mensch Oder dass Venni nur so tut Als wäre er ein Animatronic Das war von Anfang an hier Okay Ich habe einen Kopf gefunden Good job You have found a driver assist head I do not believe it will work in that condition However There is a staff repair station in the west arcade You will need a dance pass to access the west arcade Have you checked the party garages? The raceway was closed very abruptly prior to the new construction Guests tend to leave things behind during emergency situations Da wo wir gerade waren Wo ich gesagt habe Ey das sieht so aus Als könnte man eine Animatronic zerschreddern Das ist die Wirklich in Anführungszeichen Reparaturstation Für Köpfe Ich kann mit euch wetten Die werden nicht repariert Die werden einfach zerschreddert Und es kommt ein kompletter neuer Kopf rausgeschossen So auf die Tour von Ja wir haben ihre Retour entgegengenommen Bitte nehmen sie einfach das neue Produkt hier Ja wir werden das alte definitiv reparieren Das ist ja noch gut Ne ne das kommt nicht in den Müll Ne ne Wäre zu schade drum Oh 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 Ach, der kann eigentlich wirklich nicht mit, aber ich glaube, wenn man sich einfach mit ihm in ein Raumschiff hier reinstellt, dann geht das. Jetzt haben wir 5.15 Uhr, die Zeit ist fortgeschritten. Hast du da was mit zu tun, dass die Zeit voranschreitet? Warst du das? Deine Klappe öffnet sich nicht. Freddy? Was ist los? Willst du mir nicht mehr helfen? Der will mir echt nicht mehr helfen. Wir müssen so jetzt da hinkommen. Oder wir gehen nach oben, rufen die nach draußen und dann sprinten wir durch zu dem Raum. Dann müsst ihr nur den Rückweg ohne Freddy machen. Bin ein Genius. So Freddy. So Freddy. Ich bin dumm. Ich kann den Aufzug nicht bedienen, wenn ich in Freddy drin bin. Und ich kann nicht mehr rein. Mist. Müssen wir ohne Freddy machen. Mann. Adios. 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 immerhin können wir jetzt aber richtig schnell richtig weit rennen reagiert er jetzt auf mich wenn ich hier mit interagieren immer noch nicht vielleicht später wo ist denn der krokodok ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier sind wir Es war kein Animatronic da Ich glaube, die haben wir vorhin aus der Seen getriggert Und jetzt haben die nicht mehr diesen Auslöser, dass sie hier hinten sollen Die West Arcade war nicht gut geöffnet worden Ein paar Daten können sich korrupten, initialisieren die Start-up-Sequenz Before proceeding, reset die Audio-Manager-Circuit-Breaker Located next to the Dance Floor Gregory, die Sicherheitssystem weiß, dass du hier bist Und war da hinten Betten, jetzt ist Bonnie oder so da Schicka ist da, ich habe sie gehört Monty ist auch da Ich kann sie nicht anmachen War es nicht meine Aufgabe, die anzumachen? Hier die Ja, ich weiß, beim DJ ist eins Aber trotzdem Ich habe gedacht, mach alle an Das war ich Ich kann sie nicht Was ist das? Chica ist jetzt hier oben. Der hätte mich fast gesehen. Come on, Tee-Bist. Oh. 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 Great job. Safety protocols deactivated. Prams act. Front DJ protocols. Reticulating splines. Please reset circuit breakers to all zones. Three zones remain. Janitorial service. Arcade. Arcade. Jetzt darf ich die anderen anmachen. Die ganze Zeit, wir leben aus. Auf hätte es auch gut sein. Auf jeden Fall. Und manufacturer Party. Aber es funktioniert. Im anderen Spielerabschnitt konnte ich auch mit dem Aufzug weg, wieder zurück und alle Die Animatorics bleiben weg. Nur noch die Steph-Rowards waren da. Jetzt wird es einfacher machen. Ja, ich kann aber Freddy wieder rufen. Das ist interessant. Hier unten speichern. Ja, das geht. Also das geht interessanterweise auch. Mit dem Speichern. Obwohl ich eigentlich in einem Abschnitt feststecke, bei dem man nicht so einfach rauskommen soll. Kann aber Freddy auch nicht, er wird treten. Also der steht dann hier auch noch mal drin. Wir haben das System echt ausgetrickst. Wir können jetzt hier drin speichern. Das ist ja geil. Ist man hier noch da? Glauben nicht, ich höre nichts. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Es gibt hier noch zwei Sicherungen, die ich wieder herstellen muss. Ja. Oh no. Oh no. Das war's für heute. Mit Schicka alleine komm ich klar. Wäre da jetzt noch jemand, wäre das problematisch gewesen. Was haben wir hier? Das Sicherheitssystem weiß, dass du hier bist und hast dich rausgelegt. Reset die Bremse und restore die Kraft in der West-Arcade. Dann kannst du die Staff-Bot-Head reparieren. Theoretisch habe ich das hier schon freigeschaltet. Nö, Spiel sagt nein. Okay. Dann nicht. Dann nichts. Dann nicht. Hä? Habe ich mich jetzt gesoftlockt? Nö, sag mir nicht, ich habe mich jetzt gesoftlockt. Deswegen. Äh. Wir laden mal den letzten Spielstand. Oder gehen auf Fortsetzen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht gesoftlockt. Also die Musik ist schon mal weg. Das ist ja gut. Das heißt, wir sind nicht in dem Abschnitt. Kontrollier da nur kurz und dürfte ich hier hinten nichts machen können. Ne, kann ich auch nicht. Sehr gut. Dann lösen wir das nochmal aus. Und der hier war vorher auch nicht da, ne? Ich würde dich gerne aufmachen. Aber kann ich wahrscheinlich erst später dann, wenn ich das andere gemacht habe. Dann gehen wir das. Ich würde dich jetzt noch. Und dann darf ich sicher. Okay. Und wenn ich das auch nicht Entonces, dass ich jetzt nicht so mache. Man kann es doch nach oben kommen. Dann kommen es doch noch ein paar Pfeile. Kann ich mir das? Okay. Hey. Wenn ich das jetzt mal aufgeschrieben habe, ist es nicht so. Ich werde mich nicht begriffen. Ich werde mich nicht so. Ich werde mich nicht so. Ich werde mich jetzt mal aufpassen. Ich muss hier rein In Sicherheit bringen Ich höre unseren Schnappi nicht mehr Da ist ein Stromkasten Geht nichts Minus eins von drei steht da Ich kann mich verstecken, aber Ich kann nichts machen Ich glaube, ich habe mir echt den Spielstand erschossen Ich kann absolut nichts machen Der ist weg Den ersten Stromkasten kann ich nicht aktivieren Oh no Oh no Magalab an Oh no Oh no Oh no Oh no Untertitelung des ZDF, 2020 Oh no! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind gerade ein bisschen gefickt Um es mal auf den Punkt zu bringen Ich kann wieder hoch gehen und wieder runter, aber Er dürfte nichts an der Ausgangssituation der Mission ändern Das wäre echt kacke Also hier ist wieder alles normal Also das ist schon belastend Minus eins von drei Oh man Der ist immer noch nicht da und ich kann das nicht aktivieren wahrscheinlich, ne? Nee Der ist im Mooden gegen die Blitze Okay Vielleicht hilft das Game Over ja weiter Er weiß Ich nicht Ich hoffe es Ich bin nicht da, wie ich die Ich bin nicht da, wie ich die Die West Arcade war nicht geschlossen Die Daten werden verletzt, um die Start-Up-Sequenz Die Start-Up-Sequenz Dann kannst du den Staff-Bot-Head reparieren. Kann ich immer noch speichern. Ja, du hast verpasst, wie das Spiel bei mir kaputt gegangen ist, weil ich was probiert habe. Ich bin softlocked, ich kann nichts mehr machen. Die Mission steht auf minus eins von drei. Das war's. Neuen Spielstand. Scheiße. Dann machen wir mit der Story weiter. Dann kannst du den Staff-Bot-Head reparieren. Ja, dich kann ich nicht benutzen. Geht dann wohl auch erst, wenn ich hier alles gemacht habe. Okay, bevor wir da jetzt hirnlos reinrennen. Ähm. Ich vergesse den Namen immer. Der Alligator ist immun gegen meinen Blaster. Ich hab den angeschossen, der hat nicht einmal gezuckt. Das heißt, Schicker, gar kein Problem. Roxy, kein Problem. Können wir beide schocken? Gator können wir nicht schocken. Meine Damen und Herren, das war Schicker. Da läuft der rum. Ich hab den das war weh. Ich hab den Mann-T. Was? Nein. Einer ist bei seinen Namen wieder verduselt. Einer ist bei 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 Monty ist unten Einer ist bei 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 Irgendwas läuft hier rum. Boah, das spielt der gerade. Schicker, ja. Ja, das ist schicker. Wo ist denn der Kopf hin jetzt? Repariert der Kopf. Ach, war direkt in meinem Inventar. Ja, okay. Kann ich ja nicht wissen, dass der dann direkt im Inventar ist. Ich dachte, ich muss den dann noch rausholen. Alter. Aber echt, ohne die Schuh-Upgrades glaubt nicht, dass ich an dem vorbeigekommen wäre. Und Freddy vorhin noch so. Und stell dich doch beim DJ vor. Das ist ein richtig freundlicher Typ. Adios. War schön mit dir, Schicker. Monty noch hier. Sieht nicht so aus. Oh doch, ist er. Tschüss, Monty. Erfolg freigeschaltet. Wupp, wupp, wupp. Das Riesenviech ist der DJ, ja. Stress. Mein Puls wieder auf. Der war vorhin wieder bei 80. Also jetzt. Jetzt geht er wieder runter. Jetzt. 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 Ich bin cool geblieben. Hier ist der Beweis. Und voll cool. Das war erfrischend. Ich bin cool. Das war erfrischend. Jetzt. Dann geht's. Fertig. Oh. Ah. Oh. 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 So, weil das Spiel aber allgemein recht dunkel ist, ziehe ich die wieder aus, weil sonst sehe ich echt Null. Hat die richtige Stärke und alles, aber so eine Coolnessbrille, die bringt halt ein paar Devops. Ich bin dann einfach so abnormal cool, dass alles dunkler werden muss, damit es noch irgendwo ausgeglichen ist. Sonst bin ich zu mächtig. Macht irgendwo ja auch Sinn. Ready? Ready? Gut. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, braver Freddy. So. Jetzt gehen wir noch schön brav nach unten, dich einmal frisch machen oder wir gehen direkt zur... Nee, wir gehen direkt zum Racing-Ding da. Aber davor erschrecken wir noch Roxy. Ben! Ben! Wir haben jetzt so verdient. Hand speichere ich mal. Äh. Ich würde da nicht stehen an deiner Stelle. Gregory, einfach rausgesprungen. Oh, auu. Oh, das Gebiss auch komplett verdreht. Oh. 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 Ja, ihr geht's nicht mehr so gut. Meine bescheidene Meinung. Punk. Ähm. Hi. Äh. Ich hab einfach ihre Augen rausgenommen. Haha. Meine Augen. Ich kann still hear you, Emma. You can't die forever. My hair is ruined. It's not your fault. That kid is just lucky. You can't outrun me. I heard that. I heard that. Why are you hiding from me? Where are you? Yeah, I'm here in the room, but I'm sure not coming out, if you're standing in front of me. I can't see anything here in the room, to see if you're standing in front of me. Everybody still loves me, right? I know you're there. I can't see anything. 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 And I can't see anything. I can see anything I can see if I'm looking for it, as I saw it for you. I can't see anything. Oh. What a�uin... That's... Oh. Oh, no. Oh, no. Aber natürlich versuche ich dann auch, den Rest abzugraden. Wäre ja dumm, wenn nicht. Deswegen rennen die Animatronics ja vor Freddy weg, wenn er jetzt losschreit. Das ist, weil ich ihm schon Shikas Voicebox gegeben habe, der ja alle Animatronics zum Durchdrehen bringt. Wenn Shika einen Schnabel aufmacht. Jetzt nicht mehr, ne? Aber... Okay, jetzt ist sie immer noch angsteinflößend, ohne ihre Voicebox. Weil die ja nur noch ihre komischen Geräusche da macht, aber... Naja. Roxy kann mir jetzt auch nicht mehr richtig gefährlich werden. Die hört nur noch, wenn ich was mache. Also wenn ich sprinte, Touchdown anmache. Wahrscheinlich auch, wenn ich meinen Phaser Blaster benutze. Also... Ich muss nicht mehr vor viel richtig aufpassen. Bei Shika schieße ich einfach zwischen die Augen. Dann ist sie gestunt. Ich kann wegrennen. Monty ist das Problem. Weil Monty kann ich nicht wegphasern. Keine Ahnung wieso. Ja. Ist ja in Ordnung. Lass mich zwischendurch sarkastisch sein. Ich hab da Spaß dran. So. Dann ab zum... Service- und Reparaturcenter. Und dann... kriegt Freddy ein Upgrade von uns. Aber wir haben noch nichts umgebracht. Das ist ja schon mal positiv. Shika ist noch komplett da. Die kann nur nicht mehr sprechen. Und Roxy ist jetzt blind. Besser als Umbring. Immer noch asozial, aber... Ich sag mal so. So wie es ausschaut, wollen die uns auch die ganze Zeit den Kopf abreißen. Von daher... sind wir freundlicher. So, dann upgraden wir mal die Augen. Hi Freddy. Überhaupt nicht creepy. Great. Plug the replacement eyes into the open eye sockets. Well done. Reattach the ocular connector wires. It is time to close the faceplate. Commence testing phase. Hmm. So, dann gehen wir mal. Ja. Musik 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 Musik